Musik 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 In der Firma Haberkorn ist ein Abfahrtsmonitor, die der Ankünfte von Bus und Zug in Echtzeit anzeigt, ein fixer Bestandteil der Empfangshalle. Wir sind in unserer Abfahrtszeitenmonitor als Service und als Unterstützung für unsere ca. 70 Mitarbeiter, die jeden Tag mit Bus und Bahn zur Arbeit gehen. Einfach so als Standort, wenn man es auf dem Bahnhof oder auf einem Platz herrscht, wo viele Leute auf Bus und Bahn müssen. Es müssen bis alle Mitarbeiter, die auf Bus und Bahn gehen, durch den Eingangsbereich durch. Und die können da auf einen kurzen Blick aufwerfen, schauen, ob ein Bus Verspätung hat. Das ist alles online. Es sind direkte Abfahrtszitter, die ausstimmen. Und wenn er sieht, der Bus hat Verspätung, dann kann er es auch klickmütlicher nicht. Und wenn er sieht, der Bus ist pünktlich, muss er vielleicht noch ein bisschen schneller laufen. Alles klar, tschüssi, ich wünsche dir was, heilig. Was auch noch ein Vorteil ist, wenn es auf Apple eine Änderung gibt, dann ist es auch sofort drauf auf dem Monitor. Outro Outro Vielen Dank.